Wir sind auf der Mopped-Insel! Kamera läuft! Warte, sind wir auch nicht fesch? Ja! Sind wir gut gelaunt? Ja! Ein bisschen brauche ich! Was brauche ich? Ein bisschen! Na dann? Wir sind auf der Mopped-Insel! Der Nachwuchs funktioniert schon! Was machen wir heute? Die Beinwandmaschinen, Koffer zerlegen und abbauen teilweise mal. Richtig! Führen wir es ein bisschen besser aus. In dieser Folge zerlegen wir den Beinwand und bauen den Beinwand von der Zugmaschine ab. Wir werden den neuen Beinwand zum Umschweißen bringen. Und die Kinder werden das machen! Ich bin der Gehilfe und das sind die zwei Monteure. Und ich werde mir diesmal die Füße zerlegen. Und er muss zwischendurch mal aufs Glück! Ah! Also! Wir bauen die Kisten alle runter und werden den Beinwand abbauen. Wird aber zwei Tage dauern. Der Freude inzwischen, der ist schon ganz begeistert. Auf geht's, geht's schon wieder los! Ich werde schon wieder narisch! Viel Spaß beim Zuschauer! Viel Spaß! Los geht's! 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 Als erstes schauen wir diese Kiste ab. Und die hinterher. Gut, pass auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die 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 ZDF für funk, 2017 Du musst runterreizen, das geht jetzt nicht mehr, oder? In die anderen, wie? Geht's? Ja, geht noch nicht. Da vorne auch noch unterschrauben, das geht leid. Beneiden sich jetzt an die YouTuber, die zuhause sitzen, fängt an den Tisch und dann bleibt in die Kamera reden. Und so könnt ihr mit einer Globirolle und einem Zahnstocher die Welt retten. Den Link zur Globirolle und zu den Zahnstochern finden Sie unten in der Videobeschreibung. Unser Angst da wirklich arbeiten muss. So da. Gut. Tschüss. Morgen Nachmittag geht's weiter. Tschüss. Morgen Nachmittag geht's weiter. Tschüss. Ich bin auch auf 5 Uhr. Ich hab noch auf 5 Uhr von Vlas. Ja. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.